Musik Mein Vater ist ja hier geboren und hat damals mit Wellenraten hier angefangen in den frühen Jahren und ist dann zum Windsurfen gekommen und hat dann eben sich sehr schnell verbessert und hat dann eben angefangen, Wettbewerben mitzufahren auf der ganzen Welt. Und dann ist meine Mutter mit ins Spiel gekommen und eben wir auch mit und mussten eben alles auch mitmachen und sind eben an den schönsten Stränden dieser Welt aufgewachsen. Auf Hawaii waren wir sehr viel auf Maui und dann eben auf Fuerte, hier auf Sölt. Eine ganze Zeit lang habe ich viel Tennis gespielt und habe dann eben mit Wellenraten angefangen, als ich 14 war. Und vom ersten Tag hat es mich eben gepackt. Und dann habe ich angefangen, ein paar Wettbewerbe mitzumachen, bin jetzt bis jetzt zwölfmal deutsche Meisterin geworden. Und dann habe ich jetzt angefangen mit Stand Up Paddeln und bin da eben sehr aktiv. Musik Gegen die Elemente anzukämpfen, damit zurechtzukommen und das jeden Tag ist verschieden auf dem Wasser. Also man kann nie sagen, morgen ist es gleich, am nächsten Tag mal total anders und da eben mit zurechtzukommen. Das ist eine, ja, das gibt mir und das macht mir unheimlich viel Spaß. Das ist eine Riesenherausforderung auch. Musik Also wir haben einen sehr großen Bezug zu Sylt, obwohl ich hier eigentlich nicht richtig gelebt habe. Also ich habe jetzt zwischendurch mal als Rettungsführerin in der Brune 16 gearbeitet. Es war ein super Sommer und denke ich daran, vielleicht kann ich das mal irgendwann wieder machen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und ja, schon Heimat würde ich sagen. Ja. Vor allem wenn die ganze Familie ist jetzt gerade, wo meine Eltern hier sind und meine Geschwister und so. Ja. Musik Musik Ja, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang schon gemalt als Kind. Ich meine, jedes Kind malt gerne, ne. Und dann habe ich angefangen, Collagen von Reisen zu machen. Von meinen Bildern, die ich da eben vom Reisen gemacht habe und so kleine Gegenstände, die ich irgendwie gefunden habe, wie irgendwie Flaschendeckel oder irgendwas. Und habe das dann eben alles so zusammengeschnitten. Ja, und dann irgendwann habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich noch irgendwie anders auszudrücken und habe mich hingesetzt. Und dann kamen diese Linien, Kurven raus und dann, ja, so ist alles entstanden. Mein eigener Stil. Ja. Es ist natürlich erstmal eine riesen Ehre, dass ich da meine erste Ausstellung haben kann. Und ja, dann war es doch Wahnsinn, die ganzen Leute hier vorbeikommen und sich interessieren. Man kriegt sehr gutes Feedback. Dann lässt man erstmal die Leute reden, was sie sich so denken über das Bild. Das ist super interessant, weil dann sehe ich das auf einmal auch so mit ganz anderen Augen und das ist echt, das macht super viel Spaß. Ich habe eine gute Selbsteinschätzung, also ich weiß ganz genau, wo meine Grenzen sind. Manchmal will man die natürlich auch überschreiten, macht man natürlich auch manchmal. Aber so ganz in einem kann ich immer sagen, dass ich mich sehr gut einschätzen kann. Ja. 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 Ja.